Das Wertstoffzentrum Burlading ist jetzt an einem neuen Ort eröffnet worden. Seit August wurde die Entsorgungseinrichtung im Mühlenweg gebaut. Die Asphaltarbeiten sollen in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Das Wertstoffzentrum westlich der Fehlerbrücke ist zuletzt an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Der neue Standort vereinfacht nun auch die Abgabe der Wertstoffe. Anlieferer können in einer Ringstraße in das Gelände fahren.